Der Chip. Der Chip ist ein kleiner Rollflag bis 30 Meter entfernt. Man verwendet ihn, um den Ball aus kurzer Entfernung aufs Grün zur Fahne zu spielen. Als Schläger benutzt man ein Pitching Match 9er, 8er oder 7er Eisen. Zur Standposition. Die Balllage ist rechts von der Mitte. Die Fußstellung ist relativ eng, wobei der linke Fuß etwas nach hinten versetzt ist. Die Gewichtsverteilung ist mehr auf links anstatt auf rechts, ca. 55% auf dem linken Fuß. Zur Bewegung. Die Bewegung ist eine Einhebelbewegung. Die Bewegung kommt nur aus den Schultern, ähnlich wie die beim Putten. Man setzt keine Handgelenke ein. Die Bewegung passiert nur aus dem Oberkörper. Nun werde ich meinen Schlag zeigen. ... ... ... ... ... Vielen Dank.